Bitte kauf diese Akku-Luftpumpe auf keinen Fall, wenn du damit so dumme Sachen wie Wassersprudeln oder Luftballon schießen willst. Dafür ist sie nämlich nicht gedacht. Wenn du aber eine richtig gute Luftpumpe suchst, mit der du überall dein Fahrrad- oder Autoreifen aufpumpen willst, dann könnte es passen. Die Luftpumpe von Xiaomi hat einen USB-C-Anschluss zum Aufladen. Achtung, es gibt noch eine ältere Version mit einem alten USB-Anschluss. Das neue Modell habe ich in meinem Profil verlinkt. Wenn man den Schlauch aus der Halterung zieht, schaltet sich die Pumpe automatisch ein und es werden verschiedene Aufsätze mitgeliefert. Für Autoreifen, Fahrradreifen, Motorroller oder diesen Spitzenaufsatz für Bälle oder eine Luftmatratze am Badeseen. Es gibt Voreinstellungen für verschiedene Reifen oder man tippt den Druck einfach manuell ein. An der Oberseite ist noch eine kleine Taschenlampe eingebaut, die für den Notfall auch blinken kann. Sobald man den Schlauch anschraubt, wird der aktuelle Druck angezeigt. Die Pumpe läuft nur so lange, bis der gewünschte Druck dann erreicht ist. Das Teil ist ziemlich laut, aber man nutzt es vermutlich auch eher draußen und seltener nachts im Schlafzimmer. Ansonsten ist die Verarbeitung sehr hochwertig. Den Link zum Kaufen findest du direkt in meinem Profil.